In Barcelona gehen Dinge zu Ende, und von manchen bekommt kaum einer etwas mit. Kevin Prinz Boateng etwa wird ohne Glanz oder Glorie nach Sassolo in Italien zurückkehren, aus dem er im Januar zu allgemeiner wie eigener Überraschung als Leihspieler nach Katalonien aufgebrochen war. Kommt es nicht zu einer dieser wundersamen Fußball-Pointen, dann hat der Berliner letztmals Anfang Mai und insgesamt nur 303 Minuten das Barcelona-Trikot getragen. Wo er im Pokalfinale am Samstag gegen Valencia angesichts der verletzungsbedingten Ausfälle der Angreifer Luis Suárez ausmahne Dembele und möglicherweise Philipp Coutinho über eine gewisse Einsatzchance verfügt hätte, plagt er sich nun seinerseits mit Knieproblemen herum. Was sonst noch alles zu Ende geht, wird man sehen. Fest steht fürs Erste nur, dass der FC Barcelona beim Endspiel in Sevilla das neunte Double seiner Vereinsgeschichte gewinnen kann. Aber noch mehr verlieren, einen halbwegs ruhigen Sommer. Schon die Tatsache, dass die Mitglieder das zustehende Kartenkontingent nicht voll ausschöpften, zeigt, dass es hier um den falschen Titel geht. Wie von der Klubgottheit Lionel Messi vorigen Sommer avisiert, dieser schöne und so ersehnte Pokal, sollte es diese Saison mehr denn je die Champions League sein. Und weil Messis Wort bei Barca normalerweise Gesetzeskraft hat, glaubte spätestens nach dem 3-0 im Halbfinal-Hinspiel gegen Liverpool jeder an einer Art übersinnlicher Vorsehung. Die Saisonstatistik des FC Barcelona, doch dann kam das Rückspiel an der Enfield-Roth, dieses infame Spiel, das sie in Barcelona über Generationen nicht vergessen werden. Weil es eine Wiederholungsdat war nach dem 0-3 von Rom im Jahr zuvor. Und weil die Mannschaft im Angesicht des Sturms so jämmerlich einknickte. Lionel Messi schweigt seit Wochen, wir stecken in einem großen schwarzen Loch, sagte Vizekapitän Sergio Busquets noch Tage später. Ich habe schon vorher Titel und Spiele verloren, aber ein Nackenschlag wie dieser war nie dabei. Messi hat bis heute öffentlich kein Wort gesagt. Am Sonntag beim letzten Ligaspiel der Saison gegen Alba, 2 zu 2, schoss er zwei Tore. Nach dem zweiten konnte er wieder ein bisschen lachen, immerhin. Für Freitagnachmittag wurde nun kurzfristig eine Pressekonferenz mit dem Argentinier angekündigt. Es ist das erste Mal seit vier Jahren, damals vor Guardiolas Rückkehr mit dem FC Bayern, dass er bei so einem Termin auftritt. Entsprechend gespannt wird er erwartet. Klub-Präsident Josep Maria Bartomeu traute sich unterdessen sukzessive an der Rückkehr zur Tagesordnung. Wir kennen es aus München und Turin, Manchester oder Paris, alles ist eine Frage der Perspektive. Wie dort überall wurde auch in Barcelona wieder die nationale Meisterschaft gewonnen und immerhin die lässt sich noch halbwegs seriös zum Hauptziel erklären, jedenfalls wenn es einem gerade passt. Josep Maria Bartomeu im Gespräch mit Barkas ehemaligen Topstürmer Ronaldo Quelle, Reuters Pokal und Champions League seien eher Zusatzprodukte, argumentierte Bartomeu also, es war eine hervorragende Saison. Denn, wir haben die Liga schon einige Spieltage vor Schluss gewonnen. Dass die Liga damals kaum gefeiert wurde, weil ein paar Tage später das Halbfinale anstand, dieses Halbfinale, die Erinnerung sparte er sich verständlicherweise. Wenn jetzt zumindest der fünfte Pokalsieg in Folge gelingt, kann ja eine Party nachgelegt werden. Wenn nicht, nun, dann könnte es auch für Bartomeu ein bisschen eng werden. Die Opposition hält sich schon bereit, Ex-Präsident Joan Laporta forderte am Tag nach Enfield sogleich neue Wahlen. Alles soll von ein paar Ergebnissen abhängen? Das klingt natürlich selbst für die Maßstäbe des Emotionsgeschäfts Fußball etwas arg opportunistisch. Nur können sich Bartomeu, das aktuelle Management und Trainer Ernesto Valverde darüber als Letzte beschweren. Allesamt fähige Verwalter, aber gewiss keine Freigeister, haben sie das Ergebnisdenken erst salofähig gemacht. Lionel Messi erhält zweithöchste Ehrung Kataloniens Lionel Messi wird von der Region Katalonien für seine Verdienste in und rund um den FC Barcelona ausgezeichnet. Der Argentinier tritt damit in die Fußstapfen von Johann Kreuf. Quelle, Omnisport, Barcelonas Fußball hat jede Originalität verloren, ist exklusiv auf Messi zugeschnitten und verlegte sich diese Saison gerade in Spitzenspielen bevorzugt aufs Kontern. Die viel gerühmte, einst von Johann Kreuf installierte Vereins-DNA war derweil nur in der Ferne zu entdecken, im unangepassten Spiel des Bruderclubs Ajax Amsterdam. Es ist nicht nötig ein Stadion nach Kreuf zu benennen, wenn man nicht weiß, worin sein Fußball besteht, rügt Elper in Anspielung auf den neuen Hauptplatz in Barcelonas Trainingszentrum, der im Juni eröffnet werden und die Spiele von Jugend- und Frauenteams beherbergen soll. Antoine Griezmann spaltet die Fans freilich, auf dem Transfermarkt pflegt der Klub die traditionelle Amsterdam-Connection sehr wohl. Mittelfeldspieler Frenkie de Jong 21 ist seit Monaten für eine Ablöse von 75 Millionen Euro fest verpflichtet, Abwehrchef Matisse Delict 19 dürfte ihm in den kommenden Wochen folgen. Mit Ajax ist bereits eine ähnlich hohe Ablöse paktiert, es soll allein noch an den finanziellen Details zwischen Verein, Spieler und dessen berüchtigtem Berater Minoayola hängen. Ähnlich einhellig flüstert die Branche von einer Pole-Position der Katalanen im Werben um den bei Atletico Madrid abtrünnigen Franzosen Antoine Griezmann. Da allerdings liegt schon das nächste Problem. Noch ist unklar, ob Antoine Griezmann in der kommenden Saison für Atletico oder Barca spielt Quelle. Die PA Manu Fernandes der 28-Jährige hat Barcelona vorigen Sommer im Verbund mit dessen Abwehrchef Gerard Pique kräftig an der Nase herumgeführt. Nachdem es über einen Wechsel praktisch Einigkeit gegeben hatte, entschied er sich doch noch für einen Verbleib bei Atletico. Was natürlich überhaupt nicht verwerflich wäre, hätte er seine Entscheidungsfindung nicht in einem halbstündigen Dokumentarfilm thematisiert. Am Tag des WM-Eröffnungsspiels kündigte Pique, der den Streifen namens La Decision mit einer seiner Firmen produziert hatte, über die sozialen Netzwerke mit Popcorn-Emoji die Ausstrahlung an. In der erfuhren Barcelona-Chefs dann am selben Abend live und unverblümt, dass es sich Griezmann anders überlegt hatte. Wo Pique die Brüskierung des eigenen Vereins erstaunlich schadensfrei überstand, regt sich gegen Griezmann im Fan-Wog bis heute der verletzte Stolz. Beim Gastspiel mit Atletico im April wurde er bei jedem Ballkontakt ausgepfiffen und auch wenn die Ablehnung gegen seinen möglichen Einkauf nach dem Anfield-Desaster gesunken ist, findet sie in Umfragen immer noch eine Mehrheit. Lesen Sie auch Unikum im deutschen Fußballklub Burgestein Josep Maria Mingela, ehemaliger Assistent von Rhinus Michels, Spielerberater und bis heute präsente Figur im Barcelona-Kosmos mit diversen Medienkolumnen, verkündete, kein Fuß mehr ins Camp Nou zu setzen, sollte Griezmann verpflichtet werden. Seinen Dauerkartensitz werde er aus Protestleer belassen. Ich bin seit 70 Jahren bei Safan und eines Tages habe ich das mit den Werten und dass wir, mehr als ein Klub sind, verinnerlicht. Ich akzeptiere nicht, dass ein betrügerischer und wortbrüchiger Fußballer hierher kommt. Ein Jahr nach La Decision hat die Griezmann-Seifenoper also eher noch an Quotentauglichkeit gewonnen. Coutinho und Umtiti stehen zum Verkauf im Mittelpunkt steht dabei nicht zuletzt die Haltung der Mannschaft zu seinem möglichen Transfer. Laut Berichten von Madreda Medien sollte ein persönlicher Anruf von Messi entscheidend für Griezmanns Abschied von Atletico gewesen sein. Zu Leo kann man nicht Nein sagen, doch das Umfeld des fünfmaligen Weltfußballers ließ diese Version vehement dementieren. Hat die Kabine gar Griezmann zur Persona non grata erklärt, wie die Klub-Nahzeitung Sport erfahren haben will? Oder geht es dabei nur um interessengeleitete Stimmen einzelner Profis, wie die Konkurrenz von Mundo Deportivo behauptet? Javi Hernandez, langjähriger Kapitän mit immer noch gutem Draht ins Team, orakelt aus Katar. Ja, ich verstehe, das geschmerzt hat, was er, Griezmann, letzten Sommer getan hat. Neben der Atmosphäre würde die Auslösung des Franzosen bei Atletico für die 120 Millionen Euro vertraglicher Ausstiegsklausel aber auch die Kasse strapazieren, zumal zuzüglich der Überweisung ONG nach Amsterdam. Schon jetzt zahlt Barcelona unter anderem mit rund 100 Millionen Euro brutto jährlich an Messi, die höchsten Gehälter des Weltfußballs. Mit dem freiwilligen Abgang von Ersatz Torwart Jasper zu lassen und dem Vertragsende von Ersatzverteidiger Thomas Vermein werden sich die Konten kaum ausgleichen. Philipp Coutinho ist beim FC Barcelona durchgefallen. Quelle AFP, Pobia LRINA als potenzielle Cash-Kaus werden der französische Weltmeister Samuel Umtiti in der Innenverteidigung nur noch die Nummer 3, so wie Coutinho gesehen. Der teuerste Einkauf der Club-Geschichte, 120 Millionen Euro plus Boni an Liverpool, gilt anderthalb Jahre nach Beginn seines Engagements als sportlich wie charakterlich gescheitert. Er behalten werden soll hingegen der Ex-Dortmunder Dembélé. Gleiches gilt, so jedenfalls stand vor dem Pokalfinale, für Trainer Valverde. Der Trainer, der in Europa eine traurige Gestalt abgibt, aber König im eigenen Land ist. Er ist der Trainer, den wir wollen, sagt Bartomeu. Seine Kenntnisse der spanischen Liga wurden 2017 als wesentliches Einstellungskriterium herangezogen und zweifelsohne hat Barcelona bekommen, was es bestellte. Nur vier Liga-Niederlagen in zwei Jahren, davon zwei in bedeutungslosen Spielen nach bereits gewonnener Meisterschaft. Und 36 Punkte, 17-19 mehr als Real Madrid. Dazu jetzt also, die Chance auf ein zweites Double. Doch die Frage bleibt, ob der Verein des weltbesten Fußballers und einer einst stilpräkenden Spielweise nicht mehr anstreben müsste. Mehr Passion, mehr Glanz. Wer sich nur auf die Ergebnisse verlässt, der fällt auch leichter in schwarze Loch. Let's block et's. Why? Why? Untertitelung des ZDF für funk, 2017